jo servus leute herzlich willkommen zu meinem nächsten video so heute habe ich einen kleinen bug für euch und zwar ist es hier wie ihr schon sehen könnt im bearbeitungsmodus super sei das noch nicht behoben oder sonstiges aber ich werde euch erst mal zeigen wie das ganze geht und ja als erstes müsst ihr jetzt rechts auf euren bearbeitungsmodus sorry und dann eben auf euer layout und dann klickt eben auf layout anpassen und dann auf alles löschen also sobald ihr das dann gemacht habt zieht ihr einfach zwei gebäude hier in die mitte rein also muss ich unbedingt die mitte sein und gebäude sind auch relativ egal zum beispiel wie jetzt hier gold lager und goldmine dann klickt ihr gleichzeitig auf gold lager und auf die gold mini drauf also mit zwei fingern eben dann auf alle auf alle löschen und dann auf ok und dann habt ihr es normal so zum wegziehen gerade ist leider viel geschlagen einfach noch mal probieren auf beides draufklicken dann mit meinem finger noch drauf bleiben und dann könnt ihr es eben hier so verschieben wie ihr wollt aber das geht eben mit allen sachen hier zum beispiel mit dem rathaus und der kaserne also erst klickt hier zum beispiel auf die kaserne drauf kurz danach aufs rathaus und dann mitten also mit einem daumen ist bei mir jetzt beim ipad auf alle löschen dann eben auf ok und dann könnt ihr eben ziehen also das ziehen auf das hier eben schon als erstes geklickt habt heißt wenn ihr erst auf die kaserne klickt dann erst also wenn jetzt erst auf die kaserne klickt dann könnt ihr das rathaus ziehen und dann steht eben sowas sozusagen der untergrund vom rathaus heißt die das gebäude wo es erstes als erst auf das gebäude wo das erstes klickt das wird nicht angehittet sondern erstes nur das zweite und das könnt ihr dann eben beliebig verschieben wir können es auch nach außen schieben wie ich jetzt gleich machen werde hier zum beispiel auch mit dem labor und mit dem rathaus sorry die goldmine wollte ich da nicht machen auf jeden fall zum beispiel jetzt mit dem rathaus mit dem labor wie ihr hier gleich schön sehen könnt ich klicke erst aufs labor bisschen früher als aufs rathaus eben und dann aufs rathaus mit dem zweiten finger auf alles löschen ok und dann kann ich das rathaus eben so nach außen ziehen ihr könnt es ihr dürft es eben nicht loslassen das einziges wichtige und ja dann ist es da draußen das ganze geht wieder weg wenn ihr einfach irgendwas drauf macht und ich würde sagen wir versuchen das jetzt hier noch bei der krieg space wird da sieht es natürlich extrem geil aus weil da außen ist ja noch das lava zeugs wenn man das da macht dann sieht es in meinen augen richtig fett aus gerade mit dem rathaus mit dem untergrund vom rathaus wenn dann eben so ein grill keine ahnung sieht in meinen augen aus wie ein komischer grill eben da noch drin steht und ja erst aufs erst aufs labor dann eben aufs rathaus und da finger drauf lassen dann könntest du nach außen ziehen finger loslassen und dann sieht es eben so aus den trick habe ich von eklips bekommen ist ein englischer jute clash of clans youtuber link ist noch mal in der beschreibung danke an ihn ohne ihn wäre ich dann niemals drauf gekommen und keine ahnung warum das supercell nicht fix oder so ist auf jeden fall relativ geil ich versuche es jetzt hier mal noch kurz mit meinen helden allerdings macht das glaube ich keinen unterschied ne macht es nicht vielleicht gleich auch noch mit den armeelagern weil die sind ein bisschen größer einfach mal testen und ja eben erst aufs rechte dann aufs linke oder erst aufs linke dann aufs rechte habe ich das rechte eben kann es eben beliebig rumziehen und jetzt kann ich zum beispiel auch noch mit vier probieren mit vier geht es allerdings nicht das habe ich vorhin schon getestet ich wollte jetzt gerade eben nur noch mal testen heißt man kann immer nur eins wegziehen ist einziges blöde ein bisschen aber das eigentlich relativ egal ja also ich hoffe das video hat euch gefallen wenn ja lasst mich auf jeden fall kommentaren wissen und haut rein und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal irgendwie wir